King, er wird dich lieben. Von T.M. Frazier. Es lesen Eni Winter und Martin Bross. Prolog Ich zuckte aber nicht zusammen. Die Genugtuung gönnte ich ihm nicht. Ziemlich grob drückte er meinen Kopf hinunter und schob mich energisch in den alten Streifenwagen. Ich landete auf der Seite und meine Wange knallte gegen den klebrigen Sitz. Es roch nach Kotze und falschen Entscheidungen. Ich hatte verdammt noch mal damit rechnen müssen, dass dieses Arschloch meine Pläne durchkreuzen würde. Stellte ich herausfordernd richtig. Niemand außer ihr nannte mich Brantley. Verzeihung? fragte er und blickte mich im Spiegel mit erhobenen Brauen an. Ich richtete mich auf dem Sitz auf und starrte ihn an, als könnte ich direkt in seine dreckige Seele blicken. Ich heiße King. Arschgesicht. Die Wut in mir nahm gewaltige Ausmaße an. In diesem Augenblick bemerkte ich, dass der Detective nicht auf die Hauptstraße abbog, sondern auf dem schmalen Weg blieb und geradeaus in den Wald fuhr. Dieser Typ war kein verdammter Cop. Ich entdeckte seine Knarre. Er hatte sie auf das Armaturenbrett gelegt. Es war eine Judge. Nicht die Art Pistole, die zur Standardausrüstung der Polizei gehörte. Dieser Typ brachte mich nicht ins Gefängnis. Er wollte mich umlegen. Es war höchste Zeit. Meine Mädels brauchten mich. Und vor allem brauchte ich sie. Der Schwachkopf hatte mir die Hände vor dem Körper gefesselt. Schon das hätte mir verraten müssen, dass etwas nicht stimmte. Ein echter Cop würde so etwas nie tun. Es sei denn, er transportiert einen nicht gewalttätigen Straftäter, der ich nicht war. Mit der Kette, die meine Handschellen miteinander verbannt, drückte ich den Hals des falschen Detektives gegen die Kopfstütze und zog mit aller Kraft, bis es sich anfühlte, als würden meine Oberarmmuskeln explodieren. Seine Hände ließen das Lenkrad los, er ruderte wild mit den Armen und versuchte, mich am Kopf zu treffen, aber ich wich ihm aus, indem ich mich hinter den Sitz duckte. Der Wagen kam vom Weg ab und raste hüpfend über eine Stelle mit kniehohen Wurzeln. Der Druck hinter meinen Augen wuchs, während ich an den Handschellen zerrte. Ich ließ erst locker, als der Wagen krachend zum Stehen kam und jedes Leben aus seinem Körper gewichen war. Der falsche Cop hatte recht. Ich würde immer der berüchtigte Brantley King bleiben. Aber das war für mich in Ordnung. Denn der Senator hatte einen Denkzettel verdient. Niemand nahm sich, was mir gehörte, ohne dafür in Form von Blut, Schweiß oder einer Pussy zu bezahlen. Er nahm mir mein Mädchen weg. Er wollte mir mein Leben nehmen. Und dafür würde er mit Blut bezahlen. Rache ist süß. Sagt man jedenfalls. Aber erst als ich aus dem Wrack kroch und mir Glassplitter aus der Haut pulte, wurde mir klar, wie viel Wahrheit in diesem Sprichwort steckt. Ich hatte den Geschmack der Rache praktisch auf der Zunge. Ich sabberte geradezu vor Vorfreude auf den Moment, in dem ich dem Senator einen der Riemen an meinem Arm um seinen verdammten Hals legen konnte, weil er mich beschissen hatte. Es war erst wenige Minuten her, dass ich einen Menschen getötet hatte. Aber es war schon lange her, dass ich daran Spaß gehabt hatte. Durch meine Wehen floss genug Adrenalin, um einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Und ich war high davon. Ich ernährte mich davon. Es war, als hätte ich meine Nase in eine Schüssel mit Koks gesteckt und so lange inhaliert, bis ich mich unbesiegbar fühlte. Wie ein verdammter Gott. Und ich hatte auch nicht vor, wieder runterzukommen, solange die Scheiße, die ich gebaut hatte, nicht wieder in Ordnung gebracht war. Jedes Arschloch, das womöglich die Eier hatte, sich mir in den Weg zu stellen, tat mir jetzt schon leid. In diesem Moment hörte ich es zum ersten Mal. Ihn. Preppy. Zeit, diesen Schwanzlutschern zu zeigen, dass sie sich mit dem falschen Typ von der falschen Seite des verdammten Trailerparks angelegt haben. Ich hörte Preppys Stimme so deutlich in meinem Kopf, als würde er neben mir stehen. Verdammte Scheiße. Ich wurde offenbar wahnsinnig. Als ich es endlich aus dem Wald bis zum Haus geschafft hatte, stieg Bär gerade von seiner Maschine. Er sah mich und warf seine Zigarette auf den Boden. Die Stirn in Falten gelegt, die Fäuste geballt, marschierte er mit wütenden Schritten auf mich zu. Hör zu, Arschloch. Ich will mich nicht prügeln. Aber die Art, wie du diesen Bullshit hier abziehst, ist nicht in Ordnung. Sie verdient etwas Besseres als das. Etwas Besseres als so beschissene Logen. Bär unterbrach sich, als er den Dreck und das Blut sah, mit denen ich besudelt war. Was zum Teufel ist denn mit dir passiert? Ich ignorierte die Frage, schob ihn beiseite, rannte auf das Haus zu und die Verandatreppe hoch. Ich riss die Tür so heftig auf, dass die obere Türangel ausriss und die Schrauben auf die Veranda fielen. »Kleines«, rief ich. Ein Teil von mir hoffte, dass sie es irgendwie fertiggebracht hatte, hier zu bleiben. Aber in der Sekunde, in der ich das Haus betrat, wusste ich, dass sie weg war. Ich konnte die Leere spüren. »Fuck«, brüllte ich, und schleuderte einen der Küchenstühle durch den Raum. Er prallte auf den gläsernen Kaffeetisch, dessen Platte in der Mitte zersprang, und schlug schließlich ein Loch von der Größe eines Basketballs in die Riegebswand. Er war mir ins Haus gefolgt. »Erzählst du mir, was passiert ist? Oder willst du lieber noch ein bisschen das verdammte Haus einreißen?« Ich schob mich an ihm vorbei in die Garage. Ich brauchte meine Maschine und ein paar Ausrüstungsgegenstände. Die Art Ausrüstung, für die man Munition braucht. Nichts, was ein verdammter Leichensack nicht wieder in Ordnung bringen könnte. Eine Handschelle war immer noch verschlossen. Die andere baumelte offen an meinem Handgelenk, beschmiert mit dem Blut des falschen Bullen. Also, fünfmalen-und-und-und-und-und. Untertitelung des ZDF, 2020